Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Linux Games mit mir, euer Linux Gamer. Ich hab doch blöd gesagt, irgendwo Creeper gesehen. Wovon die? Schnell hochgehen, nachgucken, bevor ich rausrenne und es macht Boom. Da sind keine, da sind keine, da ist einer. Gut, wir können, wir rennen einfach aus der Vordergrühe raus, misch weiter in der Hand und gucken, ob die Pilger noch da sind. Wir werden nicht verfolgt. Sie sind noch da. Oh, sie guckt mich noch an. Sie hab ich gefunden. Sie hat mich gefunden. Sie hat mich gefunden. Oh, sie hat mich gefunden. Sie gucken sich dann eine Putze an. Ich bin gespannt, plündeln die auf irgendwas oder laufen die nur rum und schießen mit den Armbus noch irgendwen und wieviel gab es denn? War es nur 2? War es nicht 3? Ich sehe auch nur 2. Ich hätte vielleicht wohl das Feld haben sollen. Ich glaube ein Eisenstück brauche ich auch für Armbrust. Waffen, Armbrust, ein Haken. Ich mache einen Haken. Eisen, Stock, Probenbräuer. Eisen, Stock. Ich habe keine Bretter dabei. Da habe ich auch eine Bretter. Mir fehlt ein Stück Eisen. Eisen, Stock. Ich Holz. Ich Honk. Gut, heute wird geerntet. Kommen wir aus Wolle. Papa braucht Futter. Da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Hör. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich höre dich. Ich weiß wo dein Haus rum. Da drüben hinterm Berg. Das ist leider kein Scherz. Ich habe jetzt wirklich zum Plünderlager. Hörst du das Geräusch nicht der Macht. Der Typer. Hier kann ich bloß nicht runter gucken. Das ist ein Problem. Hätte ich doch mal vorher bedacht. Hörst du mich jetzt auf ewig hier belagern? Da ist er. Einer jedenfalls. Da ist er. Einer ist kleiner. Wir haben jetzt noch eine Plünderlager erlebt. Ich weiß aber nicht wann die anderen wieder abzischen. Ob sie wieder abzischen. Meine Güte. Die Drop macht nichts richtiges. Ich weiß nicht. 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 das Gebäude rein. Genauso wird mein erstes Besuch bei mir ablaufen und nicht anders. Ne gut, ich glaube ich bin erstmals da. Aber weil ich am Hungern bin, das ist mir zu unversichtlich. Angel hoch. Den packen wir jetzt mal nach rechts. Packen nach oben. Ja, ich spiele jetzt schon an. Das bringt leider auch nichts, wenn ich tun kann. Ja, ich spiele jetzt. Zwischig. Zoom. Oh, wie cool. Ich habe Knochen dazu bekommen. Unser genau dreidig. Bis oben. So schnell. 10 Boote fertig. Perfekt. 12 Boote. Erst mal ein Brot. Erst mal noch ein Brot. Dann machen wir uns auf den Weg. Und dann sollen wir gleich mal ein Schmuggel ein. Dann nehmen wir mal ein ein mit auf den Weg. Ach, die Sonne geht gleich. Das ist ärgerlich. Aber mittlerweile kommen wir zumindest bis an das Buch. Dann. Damit leider haben wir zumindest schon mal Weizen. Und mit dem Wurzeln werden wir jetzt Stück für Stück. Wir brauchen zwei Stück dahin. Dann werden wir jetzt auch wieder in die Bude reingehen. Dann haben wir auch heute genug Stockchen Sachen gehabt. Wie soll denn das mit dem Kappter? Das war ja schon hierher. Jetzt schwimmen wir wieder nach oben. Wolle ablegen. Also haben wir noch was wir schönes ablegen können. Hier kommen Eierkorn auf der anderen Seite. Knochenmehl packen wir auch auf der anderen Seite. Weil wir da irgendwie dann ganz toll irgendwas anderes setzeln können. Spinnwege kommen nach hier. Zu fahren. Aber Erde haben wir jetzt nicht gebraucht. Aber was haben wir denn sonst noch so? Wir könnten eine Hacke noch mal setzen und eine Schaufel. Aber wir haben zu wenig Steine. Wir müssen auch wieder Steine suchen gehen. Davon haben wir noch ein bisschen. Das reicht aber. Und den Haken können wir schon mal hier hinpacken. Eigentlich können wir hier eine Werkzeugkiste ausmachen. Obwohl die nehmen wir erst mal. Hat mir glaube ich bisher noch nicht geschadet. Und den Haken können wir auch drinnen lassen. Ich würde sagen, wir sind gut dabei. Wir sind wirklich gut dabei. Gucken wir noch mal in den Fortschritt da rein. Da haben wir mal sicher gedötet. Wir sind auf 5,534. Und Schatzschutz und Öl hat auch noch nicht viel überwacht. Aber wir haben bald eine Armbrust. Und wir werden uns heute Nacht den Spaß machen. Und gönnen uns mal. Wir brauchen einen Hebel. Um die Tür öffnen zu halten. Stein. Stopp. Hebel. Oh, das wird schon Redstone. So ein Bekontor wird durch. Die Spinner nimmt nicht ganz bis zu uns durch. Ich würd gerne Endemens sehen. Wenn wir mal im Brauchscanner da. Schauen wir mal oben. Ob wir hier noch nie einziehen. Da ist gerade was despawned. Hier sehe ich auch Niente gerade. Wenn das Endemens spät in der Nacht kommt. Müssen wir uns irgendwie nicht bedulden. Ach nee. Wechsel. Warum? Warum? Ich wollte keine Elzer haben. Ich will Endemens. Der Ex ist weg. Wird doch ganz gut so. Gucken wir mal gerade aus. Suche nach einem Endermen. Ich sehe keinen. Das ist eine nächtliche Mission. Denken sich Endermen. Wir sind so weit weg. Wir sind so weit weg. Wechsel. Das ist so weit weg. Das ist mir doch zu nah dran. Ich will diese Änderungen hier haben. Wir gehen noch nach oben und gucken, ob er näher dran ist. Gut, ich sehe noch keinen, hier sehe ich auch noch keinen, zum Glück auch eine Hexe. Ich höre nur die Zombies. Nein, alles im grünen Bereich, normalerweise jeweils. Gut, bevor wir so weiter die Füße abstehen, werden wir bestimmt auch in den Echten darauf immer mal wieder Änderungen sehen. Dann sorgen wir jetzt mal dafür, dass wir hier im Spielverrat kommen. Bis dann, ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Vielen Dank.